Die Hamburger Polizei fandet mit diesem Video nach vier Schlägern, die einen Gaststudenten aus den USA schwer verletzt haben. Sie verprügelten ihr gehbehindertes Opfer, weil sie dachten, der 27-Jährige wäre schwul. Ich bin Schuhe. Keine Toleranz, wir dulden keine Schwuchteln. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020